Jubiläten Tisch auf Warte und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Ha, ja, Skywars MLGs, auf Kombi geht wieder Und das machen wir jetzt im Nebelnickpack Ab geht's Leute, in letzter Zeit ruckelt es irgendwie ein bisschen bei mir Weiß nicht mehr warum, keine Ahnung Oh lol, da ist einer, hallo, servus Servus, grüß dich, oh Gott Autsch, Autsch, Autsch Bruder, Bruder, nein, Bruder, nein Bruder, absolut, oh Gott, Leute Das wird jetzt der Kampf unseres Lebens Wo, wo ist der Typ Oh, was machst du jetzt, hä Arschloch, der Typ da drüben denkt, der wäre jetzt in Sicherheit Aber der ist nicht in Sicherheit Denn jetzt schlagen wir zu Wie ein König, da schlacht Wie ein Kämpfer Oh, wir looten erstmal die Kisten Leute, da ist ein Typ Musik Ich sag da einfach nichts zu Lol, Leute Wir machen, wir machen eine Challenge für diese Runde Wir spielen hier mit What the fuck LOL LOL, wo kommt denn der Typ her Wo, von wo Ich wollte eine Challenge machen Auf einmal kommt dieser Hurensohn zu mir runter Nein, doch Da baut sich einer zu mir Spinnt der Ja, ich würde gerne Tenteebus machen Aber irgendwie Dann kämpfen wir halt normal, Bruder Aber Mein Equip ist besser als deins Und das Sagt schon mal einiges Wow Dafür, dass man den Quip besser war War das echt kritisch, Mann Und der Typ kommt Leute Darauf kann ich nur noch mit einer Art des Tenteebus antworten So ein Bastard, Mann Woher kommt der überhaupt her? Chill, Bruder Wir wollen beide unterschiedliche Dinge Ich will Kinder Du willst Kinder Ja Bruder Bleib doch da, wo du bist, okay? Du ersparst uns Beide Probleme Beide Okay Ich wollte das nicht Ich wollte das Hat er sich in Wasser gerettet? Lol Nope, aber nicht mit mir Sorry Bruder Wie hat der Typ sich jetzt bitte gerettet eigentlich? Kann man das Das ist auch wieder so eine Sache Ich kann es mir nicht erklären Ja Ja Was soll die Scheiße, Mann? Komm, bitte Gib mir noch diese Befriedigung Dass dieser Bastard gestorben ist Ich will nur das Mehr will ich nicht Ich will nur Diese Befriedigung Dass dieser Typ stirbt Mann Du Hurensohn Hurensohn Hoffentlich stirbst du in der Hölle Das war es hier aber wirklich Komplett Kinder Was ist das hier eigentlich für eine Map? Das ist doch eigentlich nur so eine Andere Version von Avenue Könnte man sagen Oder nicht? Okay, Leute Machen wir uns bereit mal zum Abstauben? Oh yeah Zünde Bitch Uiuiui Und zack Easy Und dann kriegst du wieder einen Bastard Nope Wir sind in der Mitte Oder? Äh Fuck Bruder Bruder Und Warum er mir auch wieder bessere Hits gibt Ich kann es dir nicht erklären Und er springt mir hinterher Wer springt einen In den sicheren Tod Hinterher Wer Macht So was Das ist doch normal, ne? Das wird mir doch verdammt nochmal möglich sein Eine Runde Skybus zu gewinnen Und kommt Dieser John Cena wird den killen Uiuiuiuiui Aaaaaaah Die Sachen hab ich jetzt halt auch nicht ne Oh Leute, das da vorne guckend interessant wäre Der wirft sich weg Oh No No Motherfucking Way No Motherfucking No Motherfucking Way Shit Gezündet Was ist das eigentlich wieder für ein Bastard? Komm, hier schaffe ich auch noch den MLG Bitte kill ihn Bitte, bitte kill ihn Ja man, ich gönne es diesem Bastard so sehr Oh Oh, ich liebe dich Und so einen wie dir lasse ich mich nicht umbringen Doch, lasse ich mich sogar Das war's mit dem Video Abonniert meinen Kanal Ciao